Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Draußen regnet es in Kübeln und das ist echt, das ist echt scheiße. Aber das ist nicht unser Thema, denn die schleichen hier gerade durch die Gegend. Nimm Rache an Daud, Auge um Auge. Ja, lass uns mal kurz gucken. Optional, nicht tödlich. Steh den Beutel von Dauds Gürtel und verschwinde ohne ihn zu verletzen. Geil, ich würde aber gerne Auge um Auge machen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, dass sie, dass die Stärksten von ihnen mich töten könnten. Aber kein Fremder. Jemand, der nicht wie wir trainiert wurde. Aber vielleicht wird er das. Bleiben sie wachsam und töten sie ihn, wenn sie können. Vielleicht überraschen sie uns beide. Vielleicht. Erstmal kurz einen Überblick verschaffen. Jetzt habt ihr alles verloren. Das ist ihr Ende, Lord Regent. Kaiserlicher Spion. Hiram Burroughs. Sie kleiner, sorgenvoller Mann. Sie werden nie erfahren, wie oft ich daran dachte, wieder in ihre Nähe zu kommen. Nur um meine Klinge zu versenken. Ihren Auge. Ihr... Na du? Sorry. Neues Knochen-Artefakt. Warum? Für was? Ratten greift dich nur an, wenn du dich in ihrer unmittelbaren Nähe auffällst. Oh. Vielleicht sind jetzt hier gerade außenweise mal keine Ratten. Haben wir hier noch irgendwas? Guck mal kurz, ob da oben... Oh, was ist das hier? Ach, nur ein Bild. Ist oben noch irgendwas? Ich meine, ganz am Anfang waren auch noch zwei Kästen, die ich hätte mitnehmen können. Ah, guck mal. Ah, sieh mal einer an. Nummer eins. Nummer zwei. Ich bin so unauffällig, das ist unglaublich. Ich würde ja nie irgendjemanden umbringen. Ups. Danke für die Armbrustbolten. Ich habe zwar keine Armbrüsten mehr, aber... Da ist der... Warte mal. Ist das der Weg... Den hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Ist das der Weg zur Rune wahrscheinlich, ne? Ich meine, es sieht danach aus. Ich komme immer weiter runter. Das kann wahrscheinlich nicht schaden. Wie ist denn hier? 20 Meter. Wenn ich schon mal hier bin, nehme ich die Rune auch mit. Klar, aber... Wieso ist die hier drunter? Hm. Hm, hm, hm. Vielleicht muss ich dafür auf die andere Seite. Ich guck mal. Ich meine, wir brauchen eh keine Runen mehr, ne? Aber wir müssen sie schon hier in der Nähe haben. Uh, das war knapp. Soll ich denn überhaupt hin? Ach, Tunnel zum Tor. Ja, sofort. Ich habe hier eh alle umgebracht. Ähm, wo war denn der Eing... Warte mal, hier war doch der Eingang, ne? Weil die Dinger hier kommt man nämlich noch aufschließen. Und wenn ich den Schlüssel schon habe, nehme ich das doch gerne alles mal mit. So. Jetzt gucke ich mal... Aha. Das war irgendwie zu logisch für mich. Dauert mir auch zu lange. Warte mal. Zack. 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 Und zack. Glühpaste. Was auch immer Glühpaste ist. Aber ich bin jetzt immerhin stolzer Besitzer. So. Zack. Und raus hier. Puh. Hier haben wir eine Rune. Oh, die Musik ist gerade ein bisschen kritisch. Warum ist die Musik so wie sie ist? Sie ist so spannend. Wie das Knochen-Artefakt. Oh. Ratten. Aber erst muss ich gucken, was das Knochen-Artefakt. Wenn du dich leider verletzt wirst, erhältst du ein wenig Mahn. Ja, super. Ich will aber eigentlich nicht von denen verletzt werden. Benutzt du den Tunnel? Habe ich. Erst mal ein Stückchen weg, bevor die Ratten mich verfolgen. Oh, ich höre schon. Ah, Leichen. Ah. Widerlich. Ich will mich gerade fragen, was da oben abgeht. Was macht ihr? Die Leute beschützen. Das haben sie. Sie beschützen die Gesunden vor Leuten wie uns. Den Kranken. Mir geht es. Nicht so schlecht. Manche Leute überleben es. Richtig? Oder nicht? Einer von tausend. Wahrscheinlich zehntausend. Das Risiko gehe ich ein. Bringt ihr mal weiter um euer Leben. Ich will gerade wissen, ob ich da hochkomme. Weil da oben gibt es eine Rune. Scheinbar komme ich... Hä? Ich komme doch hier hoch. Soll ich hier überhaupt... ...hinkommen? Ich muss ja eigentlich sehr weit weiter nach oben. Aber ich kann auch da hinten langen und ich kann scheinbar hier langen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Egal. Ich gehe mal hier lang. Guck mal, wo ich rauskomme. Ach du Scheiße. Daran sind die lebenden Weiner aus dem Kanal schuld. Alle 10 Minuten musste ich einen abstechen. Wie oft habe ich gesagt, dass nur Leichen abgeladen werden sollen. Deshalb bekommst du hier eine Waffe. Was geht am Tower vor sich? Ich hätte auch gerne eine Waffe. So. Das Problem ist... Ich habe doch eine Waffe. Ich bin nicht dumm. Äh... Ich muss die Dinge einfach neu belegen. Ich bin so ein Dödel manchmal. Das ist unfassbar. Mh... Schön, dass ich das jetzt auch schon bemerke. Ich frage mich gerade... Ob ich mit dem... Naja... Ich glaube, die Schienen sind schmerzhaft, ne? Ja. Habe ich so befürchtet. Ich halte mich mal gerade wieder voll. Shania gespeichert. So. Äh... Dann gehe ich da besser nicht lang. Oh Gott. Nein! Huh! Das war gut. Das Ding kommt zurück. Dann kann ich da durch. Das war immens gut. Da ist er. Da muss ich drauf. Muss ich da runter. Ausmachen. Da komme ich gar nicht lang. Das ist ja gut zu wissen. Huh! Habe ich den jetzt gelandet? Einmal speichern. Muss mir einen Überblick verschaffen. Geil. Ich bin raus. Huh! Boah! Ohne irgendwen zu töten. Wie nice. Aber ich bin noch nicht ganz raus. Ich hatte Hoffnung. Das Haus sieht aus, als würde es gleich einstürzen. Äh... Boah. Ich sehe alles Schrott. Erstmal das Artefakt. Oh fuck. Oh fuck. Auf die Weiner habe ich gerade keinen Bock. Hallo! Ich will da runter. Oh! Was sagen. So. Die Weiner habe ich nämlich gerade keinen Bock. Deswegen gehe ich einfach hier unten lang. Vielleicht ist hier unten ja ein bisschen ruhiger. Aber da sitzt schon einer. Kurz einen Überblick verschaffen. Was mit dir? Kann ich was Gutes für dich tun? Der ist korrekt. Du kommst hier nicht durch ohne den Kanalisationsschlüssel. Gibt nur einen Ort, wo du an den Schlüssel kommst. Und ich würde da nicht nochmal hingehen. Nicht für alles Gold im Dunbowl Tower. Nicht nochmal. Vielleicht hättest du aber mehr Glück. Wohin? Jemand hat uns in der Destillerie angegriffen. Mit den Ratten. Ich weiß, das klingt verrückt. Dann rannte es wieder in die Kanalisation. Wir kamen hier runter, um es zu töten. Slackjoe ging voraus. Lief schief. Ich konnte gerade so entkommen. Weiß nicht, was mit Slackjoe ist. Er hatte den Kanalisationsschlüssel. Aber ich mag Slackjoe. Wieso ist der Typ, warum, das finde ich nicht gut. Sorry, aber... Ah, da komme ich nicht durch. Okay. Ich muss nach da hinten. Alles klar. Dann gucken wir erstmal kurz, was es hier gibt. Also irgendwas hat hier... Hat sich die Kugel gegeben? Hat sich wirklich die Kugel gegeben. Na super. Kollege, ich hätte dich doch hier rausholen können. Okay, ich brauch mal gerade die Dinger. Die laufen mir zu sehr Amok. Dass die Dinger hier auch alle in der Nähe sein müssen, ne? So, wo seid ihr denn? Hast du noch mehr von denen? Ja. Natürlich. Okay, ein Schrank, den ich aber vor Rant nicht aufkriege. Außer hier steht irgendwo ein Code. Die Lumpen hat mir gesagt... Hä? Lumpengräfin dieser alten Ex-Büren gesagt, dass man seinen Geschmack für Whisky im Monat des Windes verliert. Das ist Herbst. Das ist der dritte. Frühling. 314. Könnt das sein? Im Monat des Windes ist doch Herbst. Ah! Hahaha. Ähm... Was war das? Wind, Saat, Eis, ne? Wind ist... 1, 2, 3, 4... 5, 2... 5, 2, 8. Nice! Und mich da bin ich froh, dass ich mich nicht gänzlich zum Affen mache hier. Für mich das größere Munitionsvorräte brauche ich nicht. So. Da waren aber noch so Viecher. Moment. Ach, da gehe ich einfach dran vorbei. Was soll denn das? Aber irgendwas war hier unten. Wo ist die Rune? Da hinten ist auch unnötig. Ah! 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 Ich kann ja nicht ewig die Luft anhalten. Schön wär's, aber das kann ich nicht. So! Wie lange nehmen wir eigentlich schon noch? 15 Minuten. Können wir aber noch kurz gucken, was hier abgeht. Brauche ich das alles? Nöp! Da hinten ist nämlich der Schlüssel und ich will jetzt wissen, was es damit auf sich hat. Ist hier noch irgendwas? Nöp! Kurzen Quick Save. Ah, die Lumpengräfe. Das hässliche Fett und all die Sehnen abkochen. Oh, ich glaube, das wird ein Kampf gegen sie. Deswegen mache ich hier mal einen Cut, Freunde. Wenn es euch so weit gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Dishonored. Macht's gut. Tschüss!